Jetzt schau ich mal... Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und ähm, ja, ich bin mal wieder hier in Call of Duty, ich hab mal gedacht, hey, YouTube Gamescom auf der PS4, komm, mach mal einen Livestream, weil das letzte Video so gut angekommen ist, mit meinem Sturmgewehr und mit OpenMind, ähm, dem Drogen-YouTube. Nochmal vielen Dank für die ganzen lieben Dislikes, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, wir zocken jetzt, wie ihr seht, bin ich, äh, äh, Leutnant bei Libanon Elite, sieht man ja, dass ich Leutnant bin und hier ist er, mein Ausbilder, er hat mich, ähm, ja, er hat mich, Agent 007 oder wovor hat mich, äh, wie sagt man, äh, hat mich, äh, ausgebildet. Und ihr werdet auch gleich sehen von meinem Können, was ich, was ich, was ich alles zocken kann, ich bin richtig gut in Call of Duty, will jetzt nicht angeben oder so. Und ja, ist auf jeden Fall offline, ich glaube, er wurde gebannt, ähm, in Call of Duty hat er mir, hab ich im YouTube-Video von ihm gesehen, und da hat er gesagt, er wurde gebannt, irgendwie wurde er beleidigt, oder er, äh, oder er hat beleidigt, was ich nicht glaube. Naja, ist auch egal. So, okay, hier haben wir die ganze Armee, Lil Hedgehoff 97, ist ein guter, äh, Sniper, trifft sein Ziel zuverlässig. Hier, der ist auch richtig cool, LKS Boss. Haribo macht Virus froh. Hehe, ganz liebe Leute, guck mal hier, Manu ist back, Alter, der Ali, perfekt. Okay, Spaß. So, und hier ist natürlich unser König, und jetzt geht's ab. So, jetzt suchen wir, jetzt suchen wir Montana Black 88. Und zwar ist er natürlich ein bisschen feige, Montana, er muss sich immer unter verschiedenen Gamertags tarnen, aber ich werde ihn finden, und dann werde ich ihn rasieren. Ich rassier dich, Montana Black. So, wir spielen Biolab. Was soll ich nehmen für ne Waffe? Ah. Wie ist denn alle hässlich aus? Na, nehmen wir mal die hier. So, Libanon Elite ist hier. Ah, fuck, nein! Mitten im Livestream! Gleich tot am Anfang. Oh, ich hoffe, da schaut noch keiner zu. Oh, das ist meiner. Das ist meiner! Schaut's euch an! YouTube Gamescom hat Sandvinzentero gekillt. Oh, professionell. Ah! Nein! Nein! Arsch! Nachladen! Ah, bitte! Ich seh nix mehr, was ist denn das? Lass mich verarschen, du Hacker! Ungläubiger. So, alle am hacken hier. Boah! Komm her! Komm zu Papa! Komm her! Ah, bitte! Nein! Ich raste hier gleich aus, das gibt's doch gar nicht! Was wollt ihr? Mein Internet ist auch so langsam. Echt nur hobbylose Zocker hier. Gibt's doch nicht sowas. So, wie viele Kills hab ich schon? Hä? Einen? Das kann doch gar nicht sein. Hehe. Oh, da ist einer. Habt ihr ihn gesehen? Da oben. Jetzt muss ich hier hochspringen. Komm her zu mir! Jawoll! YouTube Gamescom hat wieder angegriffen. Was sagt ihr jetzt, ihr Hater? Ja gut. Das ist mir egal. So. Hey, was ist denn das hier? Was für eine Scheiße hier. So. 13 Zuschauer. Hey, ich begrüße euch erstmal alle. Moin Moin. So, jetzt passt mal auf. Oh! Ist der schön gesprungen. Guck mal hier, den hier. Den nehmen wir uns. Den holen wir uns. Ich fühl mich wie Salvatore san hier. Boah, ja, komm her zu mir! Oh, fuck! Den hätte ich eigentlich noch kriegen sollen. So, jetzt klauen wir mal hier das hier. Das schöne Gerät mit Laser. Komm her. Komm her. Komm zu mir. Mann, ist das schwer. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Guck mal da oben. Da hat sich die Muschi versteckt. Oh, du Muschi! Okay, das war's, Leute. Ich kann nicht mehr hier. Sonst blamiere ich mich zu stark. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Du gehst kaum auf der Playstation 4. Und schau! Das war mein kurzer Livestream. Oh, Mann!